O du mein Österreich, da bist du ja wieder. Schon anlässlich der letzten rechtsrechten Regierung und den Protesten dagegen habe ich gesagt, dass ich nicht gedacht hätte, das, was ich immer schon gesagt habe, und was davon leider nicht besser wurde, noch einmal sagen zu müssen, Österreich, ein Land, das sich meldet und auf diesem Meldezettel steht, es ist wieder soweit, wir sind wir und wir haben schon wieder diese Zeit. Sie ist wieder da und sie gehört uns, diesmal aber wirklich. Diesmal hören wir nicht zu früh auf. Wir wiederholen uns jedes Mal schlechter wie unbegabte Schüler, die auch nach der 50. Wiederholung nicht erklären können, was sie eigentlich sagen möchten. Und was der Schüler der Geschichte meint und der dort auch, der gerade so eifrig aufzeigt, ist sowieso etwas ganz anderes. Was der Schüler meint, steht dahinter. Es steht hinter ihm. Es ist nicht dahingestellt. Es ist gar nicht nötig. Jeder versteht es auch so. Jeder versteht, was sie meinen, wenn sie nichts sagen. Und jeder versteht genauso, wenn sie zu viel sagen. Das kann dann jeder sagen. Ich hätte damals 2000 nicht gedacht, dass ich das noch ein weiteres Mal hinschreiben würde. Ich bin den Körpern meiner Eltern entkrochen. Entkommen bin ich ihnen leider nicht. Welche... Mein Vater war Mischling, ersten Grades und musste für die Nazis als Chemiker arbeiten. Meine Mutter war mit einem gefälschten Arianachweis unterwegs, welche endlich in höherem Alter noch ein Kind haben wollten. Sie wollten unbedingt nachholen, was sie vorher nicht konnten. Sich vervielfältigen. Doch die anderen waren mehr und haben mich nicht gebraucht und nicht gewollt. Da sie ja das alles nicht gewollt haben, warum sollten sie dann ausgerechnet mich wollen? Leider, ich wollte. Sie hätten es nicht gewollt, meine Eltern, mich, das Kind. Das kann man von vielen behaupten. Erst wollten sie es nicht, dann nehmen sie es begeistert an. Ich bin nicht so gern da. Muss aber bleiben, weil ich nicht weg kann. Und da bin ich nun, den Nazis vielleicht von der Totenschaufel gesprungen, vor der Geburt gerade noch von der Schippe gehüpft, wie der Deutsche sagt. Dann hinausgeschleudert ins Leben, das ich nicht verstehe. Und jetzt stehe ich schon wieder da. Hier auf dem Bildschirm steht auch was. Ich wache wieder auf in einem kryptofaschistischen Land, das eine dazu passende Bewegung erzeugt hat. Es liegt in der Natur eines geheim gehaltenen Wertesystems, dass sich niemand offen dazu bekennt, aber alle es wissen. Was? Keine Ahnung. Aber das ist mir schon aufgefallen. Ich gehöre doch nicht zu denen, die es wissen. Ich bin nicht geweiht. Das sowieso nicht. Und nicht eingeweiht. Dementsprechend ist der Nachweis von Kryptofaschismus schwieriger bis unmöglich. Entsprechende Anschuldigungen verlieren sich daher oft in Spekulationen bis hin zu Verschwörungsfantasien, nein, nein, Theorien, sagt Vicky, welche sich eigens mit dem Fingerchen aufgerufen habe. Von selbst kommt es ja nicht. Von selbst kommt nichts. Und auch das Land wäre tot oder müsste sich bewegen. Eines von beiden. Also die Bewegung wäre jetzt da. Bitteschön. Wer hat sie bestellt? Wer? Sie ist plötzlich wieder da, wie der Igel vor dem Hasen. Und das Kryptische arbeitet sich immer weiter an die Oberfläche hinauf. Die Erde ist ihm zu leicht gewesen. Es will lieber Ernst und Schwere. Kommt gleich, haben wir auch vorrätig. Was sind schon Millionen Tote? Wo wir doch da sind. Wir sind wieder da. Grüß Gott. Wie bequem, dass wir nie weg waren. Wir ersetzen, was vorher da war. Wir sind das Ersatzherr. Wir springen auf nagelneuen Polizeipferdeln daher. Denn die Erregbarkeit der Massen nimmt zu. Da müssen wir aufpassen. Schaut doch gut aus, wie wir da oben sitzen, oder? Es macht uns auch größer. Die Dirndl-Außenministerin knickst. Esst du degress? Sie macht ihr Kompliment tiefer, als es sogar vor der Queen üblich ist. Kompliment. Bis fast in den Boden hinein schraubt sie den Hintern vor einem blutigen Diktator und Ur-Suppator. Einen bedeutenden Hochzeitsgast, den sie eingeladen hat. Einem Gast aus Russland. Was hat sich der einen abgefreut, dass er kommen durfte? Eine Einladung hatte er schon. Die konnte ihm keiner nehmen. Ja, von so weit kommen sie zu uns. Ist das nicht fein? Einem Gast, den man ehren muss, die tiefe Referenz zu erweisen. So machen wir das mit all unseren Gästen. Wir sind das so gewohnt. Die Walzer fliegen uns um die Ohren wie Schrapnellsplitter. Bei Ausländern passen wir ein bisschen auf. Allerdings nicht bei allen. Nicht bei denen, die wieder gehen. Harmloser kann man nicht sagen. Ich habe das nachgeschlagen und nichts Harmloseres gefunden. Die Menschen werden derweil bis zur Erschöpfung abgearbeitet. Und dann hat man sie hinter sich. Und schau, die Bewegung ist ja immer noch da. Die geht nicht mehr fort. Sie werden zu Tode gearbeitet. Die Menschen, sagt man auf Englisch, wie ich hier nicht. Nicht, sie tun das. Es wird mit ihnen, an ihnen getan. Es wird ihnen angetan. Sie verlieren sich in dieser endlos langen Arbeitszeit und finden sich irgendwann nicht mehr wieder. Sie haben die zwölfte Stunde überzogen. Jetzt schlägt es 13. Und sie sind weg, weil sie ins Bett müssen. Ihre Zeit ist eine einzige unbezahlte Überstunde, bis sie sich selbst überholt haben und umfallen. Das Staffelholz, das sie übergeben sollten, sind sie selber. Jeder darf sie in die Hand nehmen und auspressen. Das Kindergeld wird den Frauen gekürzt, die, während sie sich nach ihren eigenen Kindern zu Hause sehnen, hier in der Fremde, bei uns, wir sind hier daheim, die nicht, fremden Menschen den Arsch abwischen müssen, weil es sonst niemand tut. Sie tun, was getan werden muss. Ihre Kinder leben in Billigländern, die Frauen selbst sind zum Schleuderpreis zu haben, während anderswo die Geldwaschmaschinen rotieren, bis sie rotglühende Trommelbäckchen haben. Warum nehmen wir diesen Frauen, die uns eh nur schlecht verstehen, nicht etwas davon weg? Es bleibt immer noch mehr als genug übrig. Sie sind billig. Und wo sie herkommen, ist es auch billig. Wer soll für sie eintreten? Sie selbst dürfen für die Drecksarbeit hier antreten und aus und wieder raus. Sie dürfen für sich selbst eintreten, müssen dann aber wieder raus. Und, und, und so weiter. Es ist oft beschrieben worden, wie das Straßenbild in Wien sich nach dem sogenannten Anschluss gewandelt hat. Dirndl und Lederhosen überall. Sie beherrschten von einem Tag zum anderen das Straßenbild, während ihre Hosen und Schürzelträger wiederum von anderen beherrscht wurden, was sie gar nicht gemerkt hatten. So mussten sie es sich irgendwann merken und da war es dann zu spät zum Vergessen. Und sie mussten bitterlich weinen. Es war alles anders geworden. Ländlich unsittlich. Das Urbane war des Teufels. Ich höre die gutturale, mundartliche Färbung in den leeren Reden des Innenministers. Ich höre hohle Leere in den Reden des Bundeskanzlers, die er gar nicht erst halten muss. Er sagt ja sowieso nichts. Eine Sphinx ohne Geheimnis, die Sprechblasen absondert, in denen nichts drinnen steht. Das sage ich Ihnen nur, falls Sie wissen wollen, was er gesagt hat. Nur er selbst steht unerschütterlich da und sagt etwas, das nichts ist und glaubt an sich. Sie stehen auch zu ihm, glaube ich. Ich höre allerdings nichts. Er spricht noch immer. Nein, er sagt eh nichts, nur keine Sorge. Wie? Noch immer nichts. Der rotzfreche Graf sagt dafür umso mehr. Der gehört zu den Geläufigen, die uns jetzt sogar ohne Ämter, wenn es sein muss, regieren. Obwohl sie nichts zu tun haben, außer ihre Einkünfte anhäufeln und sich dabei an uns abreagieren, ist doch ein schöner Sport. Die reden ununterbrochen. Doch was sie sagen, sagen sie einem nicht. Jeder weiß es ja. Jeder weiß es auch so. Man sollte meinen, wir hätten die Sprache verloren angesichts des Todes von Millionen Menschen, an dem wir natürlich nicht schuld waren. Bitte, wie denn auch? Wir waren ja gar nicht da. Wir sind zu jung. Wir haben ein Alibi. Wir sind ja nie an etwas schuld. Daher können wir das doch einmal probieren. Nur anders. Diesmal ganz anders. Es wird uns schon was einfallen. Wir werden in die ländlichen Volksfeste einfallen, wie die ganzen Ausländer, die wir hier nicht wollen. Die trauen sich was. Wir trauen ihnen nicht. Wir trauen uns mehr. Wir übernehmen ihre Arbeit und schlägern uns durch die Massen und schänden deutsche Mädel und Buben. Wir könnten es auch wieder mal mit der Schuld probieren. Schau mal, die ist noch gar nicht so sehr abgenützt. Vielleicht steht sie uns ja. Die Knöpfe, die gehen schon noch zu. Zumindest, wenn wir nicht so sehr atmen. Kaum einer lebt noch von denen, die damals die Originaltracht getragen haben. Doch das Vorbild bleibt. Ein Vorbild bleibt immer gleich. Es trägt stolz seine Hirschhornknöpfe und seine, wie heißen die, die Zähne von so Tieren. Das trägt man zur Tracht. Es sind wenigstens nicht mehr die Zähne, die heute von Menschen. Immerhin. Ohne Vorbild. Wie sollte sonst die Nachwelt wissen, wonach sie sich richten muss? Die Schuld geben wir geläufig zu. Die ist für uns kein Hindernis. Ich habe allein dieses Jahr so viele Schuldbekenntnisse gehört, dass mir ganz schwindelig ist. Und die Schuld wurde sogar anerkannt. Die Feiern waren feierlich, die Worte geläufig, die Lippen sitzen in den Locker, bis sie wieder geschlossen werden. Bis das Kapitel beendet ist und ein neues anfängt, das wird noch spannend. Die Schande schieben wir weg. Wir werden schon jemand finden, der sie nimmt. Menschen schieben wir ab, falls sie es überhaupt lebend bis hierher schaffen. Ich schaue mir die neuen Gesichter an. Wo waren sie die ganze Zeit? Eh hier, weil sie zu uns gehören. Haben sie sich all diese Lederhosen und Dirndln anmessen lassen, was für uns nur angemessen ist in diesem schönen Land, welches eigens für Salzkammergut erschaffen wurde? Wir sind niemandem etwas schuldig, weil wir ja auch an nichts schuld sind. Schon gut. Leute wie ich sollen endlich die Goschen halten. Wir wissen eh, was die sagen. Die sagen seit Jahrzehnten nichts anderes. Das kennen wir schon. Die schon wieder. Wir wissen eh, wer sie sind. Weiß wer, wo ihr Auto steht? So habe ich es gelesen. Hab aber kein Auto. Und noch mehr habe ich gelesen. Die ertragen es nicht, dass jetzt andere dran sind am Ruder. Wir werden ihnen schon zeigen, was alles möglich ist. Wir werden ihnen den Herrn zeigen. Dort drinnen sitzt er in der goldenen Monstranz. Woanders aber auch. Wir sagen nicht wo. Stets bereit gezeigt zu werden. Einer von uns. Die öffentliche Meinung ist jetzt ganz besonders öffentlich. Dafür darf man in den Öffis nichts mehr essen. Sie macht sich breit, die Meinung. Nicht mehr im Verborgenen. Endlich frei. Sie sagt sich frei heraus. Sie verlässt sich darauf, dass jeder weiß, was gemeint ist. Auch wenn sie es nicht sagt. Sie schreit nicht mehr vor Wut. Das ist nicht mehr nötig. Sie spricht sich vor sich selbst aus. In stillem Einvernehmen, das immer lauter wird. Ein anschwellendes Einvernehmen. Eine schwelgerische Einvernahme mit uns und mit sich selbst. Da gewinnen wir immer. Und ich stehe schon wieder da. Mit meinem gewaschenen Hals. Doch die Feier ist abgesagt. Wir selbst wurden abgesagt. Es folgt der Abgesang. Und es folgt das, was die Öffentlichkeit froh als ihre Meinung ausgibt. Woher sie die wohl haben mag? Bitte. Schmeißen Sie dieses Papierl nicht weg. Dort steht der Mistkübel. Dort gehört es hin. Be Market zum Kun. Untertitelung. 時